Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und warum habe ich hier dieses Stromkabel liegen, ohne dass es irgendwo angeschlossen ist? Relativ einfach, wir gucken uns heute zusammen eine neue Überwachungskamera an, die aber an das, ich sag mal, Lampenstromnetz in Anführungsstrichen angeschlossen wird. Das heißt an einen normalen Lampenanschluss, den ihr im Außenbereich habt, könnt ihr diese Kamera anschließen, denn sie ist auch gleichzeitig noch Außenleuchte in Verbindung mit Kamera, all das und mehr dazu hier heute in diesem Video. Ja und los geht's wie immer mit der Verpackung, ich packe das Kabel jetzt mal weg, das brauchen wir erst nachher für den Anschluss. Auf der Verpackung seht ihr schon den Hersteller EZWIS, ich nehme mal an, so spricht man das irgendwie aus. LC3 ist der Produkttyp und wir haben App-Steuerung natürlich mit an Bord und zwar sowohl für Android als auch für iOS. Hier auf der Seite seht ihr nochmal die Kamera in der Abbildung, so sieht sie aus, wir packen sie aber logischerweise gleich auch mit aus. Auf der Rückseite dann nur noch Seriennummer und ein Beispiel, eine Beispielinstallation und hier auf der Seite dann allerdings noch so ein paar Facts. Eine 4 Megapixel Kamera ist an Bord mit einer 2K-Auflösung, wir haben Bewegungserkennung, wir haben eine eingebaute Speicherkarte, also das heißt ihr braucht keine mehr dazu kaufen und könnt natürlich auch Cloud nutzen. Wir haben farbiges Night Vision, also farbige Nachtsicht, das ist eine ganz schöne Geschichte, einen sehr großen Erfassungswinkel, das ist wirklich mit 157 Grad recht breit, gut, dass es wasser- und staubgeschützt ist, es soll ja außen installiert werden und wir können das Ganze auch als Gegensprechanlage verwenden, um mit dem Postboten oder wem auch immer zu sprechen und nutzen können wir das Ganze im 2,4 Gigahertz Wi-Fi. Ansonsten auf der Verpackung nicht mehr viel und ich würde sagen, wir springen mal zum Auspacken. So, dann packen wir das Ganze mal aus. Einer der Faktoren, weswegen wir uns ja hier, oder vielmehr mein Bruder sich am Ende, für eine Kamera mit Licht entschieden hat, ist tatsächlich die Optik, denn so eine Kamera vor der Tür zu hängen, das wollte er nicht unbedingt, aber in dieser Kombination hat ihm das ganz gut gefallen. Da gibt es übrigens auch gar nicht so viele Anbieter auf dem Markt, also wir haben da nicht viele gefunden und das war hier tatsächlich jetzt mal so der formschönste Teil, wenn man so möchte. Gucken wir gleich mal, ob das auch nachher mit den ganzen Pressebildern und beziehungsweise Bildern auf der Homepage vom Hersteller, ob das nachher auch der Realität entspricht. Jetzt muss ich aber erstmal hier versuchen, irgendwie den Karton abzukriegen, der sitzt nämlich ganz schön stramm, was ja grundsätzlich erstmal gut ist, aber wenn man es jetzt hier mit Kamera und so weiter auspacken will, irgendwie, ja jetzt geht es, sehr gut. Okay, im Deckel scheint nichts mehr zu sein, dann haben wir hier einmal die Kamera, beziehungsweise Lampe, hinten mit der Befestigung für die Wand, genau. Dann haben wir hier so ein kleines Paket noch, was ist da drin? Na, okay, Dübel, Schrauben, das ist schon mal gut und Dichtungsringe, damit das Ganze natürlich auch gegen das Eindringen von Wasser geschützt ist, das ist doch schon mal durchaus durchdacht. Dann so ein Informationsblättchen hier, ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Eine Bohrschablone, die ist natürlich hilfreich, wenn ihr das Ganze dann an die Wand bohrt. Und dann haben wir einmal hier die Anleitung, in verschiedenen Sprachen, unter anderem auch in Deutsch, ja genau. Und hier ist der QR-Code, um die Kamera nachher dann in der App auch zu registrieren. Das ist so ein Aufkleber, so viel nehme ich schon mal vorweg, der auf jedem, mit jeder Kamera dann sozusagen unterschiedlich ist. Ihr findet den Aufkleber aber auch nochmal auf der Kamera, beziehungsweise der Leuchte. So, das geht jetzt hier nicht so einfach auf, deswegen reiße ich das jetzt mal auf. Das geht jetzt am schnellsten. Und dann kommt das gute Stück auch schon zum Vorschein. Ja, also ich sag mal, für mich ist das jetzt optisch okay, wenn man sowas haben möchte in dieser Form, glaube ich, ist das absolut in Ordnung. Oben so ein bisschen Milchglas, unten dann die Kameraeinheit, die man auch in verschiedene Winkel einstellen kann, glaube ich. Das gucken wir nachher nochmal. Ja, da würde ich sagen, ich zeige euch jetzt mal den Rest vom Einbau. So, jetzt haben wir einmal die Rückseite abgeschraubt. Dann seht ihr hier nochmal, genau, es ist mit so einer Schraube gesichert, seht ihr hier nochmal, wie man das Ganze dann verkabelt. Hier mit den entsprechenden drei Kabeln, die führt ihr hier unten durch diese Dichtung durch. Verbindet ihr das Ganze dann mit eurem Lampenanschluss sozusagen. Dann wird das Ganze wiederum hier eingesetzt. Das ist auch alles mit Dichtung versehen, sodass es wasserdicht ist. Und dann sollte das Ganze schon funktionieren. So, ich habe das Ganze jetzt exemplarisch mal hier mit meinem provisorischen Kabel verbunden sozusagen. Wollte euch jetzt aber nochmal ganz kurz zeigen, dass man unten die Kamera auch noch in den Winkeln bewegen kann. Hier seht ihr nach oben und nach unten, nach links, nach rechts. Das geht ein kleines bisschen. Die ist relativ weitwinklig, deswegen muss man das auch nicht ganz so sehr drehen. Und wir sehen jetzt hier auch dieses kleine blaue Licht. Ich mache es mal ein bisschen größer. Was man hier sieht, das ist der Indikator dafür, dass die Kamera durchgebootet ist und jetzt theoretisch auch schon bereit ist zur Installation. So, jetzt zeige ich euch aber nochmal, was passiert, wenn die Kamera dann hochfährt. Da geht einmal das Licht an, dann seht ihr jetzt diese roten IA-Lichter. Und dann meldet sie gleich auch den Vollzug, glaube ich. Ja genau, das passiert also, wenn ihr die quasi erstmals an den Strom anschließt. Und dann geht es weiter mit der App. Ja und die könnt ihr dann tatsächlich einfach, ihr habt es gerade noch ganz kurz gesehen, aus dem Play Store, in unserem Fall auf Android runterladen. Dann seht ihr hier den Startpunkt in der App und könnt dann über verschiedene Optionen, einmal hier im LAN, das ist für uns jetzt nicht relevant, wir wollen ja über das WLAN und einrichten. Ihr müsst jetzt hier quasi einmal ein Konto anlegen, das zeige ich euch jetzt nicht, weil das ist ein ganz normales Konto anlegen mit Passwort, E-Mail-Adresse und so weiter und so fort. Glaube ich wenig spektakulär, aber sobald ihr das getan habt, könnt ihr dann quasi hier in diesem Modus dann auch die Kamera hinzufügen. Dafür gibt es wiederum verschiedene Möglichkeiten. Wenn ihr einfach auf dieses Plus klickt, dann bietet euch die App hier die Auswahlmöglichkeiten der verschiedenen Geräte, die der Hersteller also insgesamt anbietet. Für uns aber viel einfacher, rechts oben der Button, um das Ganze dann mit dem QR-Code hinzuzufügen, Kamera drauf und dann ist das Gerät auch schon erkannt. Das ist unsere Kamera oder unsere Leuchte, wie auch immer und eingeschaltet haben wir sie ja vorhin schon, deswegen setzen wir jetzt links unten den Haken und auch die LED oder Statusinformation leuchtet blau, haben wir auch schon gesehen, können wir somit auch bestätigen und gehen dann einmal auf weiter. Um das Ganze und jetzt findet natürlich wieder so ein WLAN, ihr müsst euch erst ins WLAN der Kamera einloggen, dann wird euer WLAN übertragen. Um das Ganze zu tun, müsst ihr die Berechtigung erteilen und das Ganze sollte auch nicht zu weit voneinander entfernt sein, wobei ich da jetzt sagen würde 1,5 Meter, also so nah muss es auch nicht sein. Jetzt wählt ihr hier oben euer WLAN aus, in meinem Fall ist es dann die 2,4 GHz Variante unseres Heim-WLANs hier. Das einfach anklicken, dann übernimmt er das auch in die App, das kennen wir schon von einigen anderen Anbietern, die machen das alle ähnlich glaube ich. Dann das Passwort eingeben und im nächsten Schritt landet ihr auf dieser Seite. In meinem Fall ist es jetzt so, dass im WLAN das Gerät noch nicht verfügbar ist, das ist auch logisch und deswegen kommt unten jetzt nochmal die Information, denn wir müssen uns jetzt einmal in das WLAN der Kamera verbinden. Das hat bei mir hier über den, jetzt steht zwar Connection Successful, aber es hat über diesen automatischen Weg, warum auch immer, ich weiß nicht woran es gelegen hat, nicht funktioniert. Deswegen bin ich auf manuell hinzufügen gegangen und dann könnt ihr hier einfach das Passwort des WLANs kopieren und wählt euch dann manuell über euer WLAN-Menü im Handy in die Kamera ein. Einfach das WLAN auswählen, einfügen, verbinden und dann landet ihr gleich im WLAN der Kamera. Dann kommt noch gegebenenfalls eine Meldung, dass kein Internet vorhanden ist, das ist aber logisch, weil es gibt ja auf der Kamera kein Internet. Und wenn ihr dann wieder in die App zurückgeht, seht ihr hier, sind wir im Prinzip auch schon im Konfigurationsvorgang drin. Das geht relativ schnell, also es dauert jetzt nicht super lange. Am Anfang denkt man, Mensch, es geht aber sehr langsam, aber gleich springt es relativ zügig, genau. Und dann sind wir auch schon kurz vor der Vollendung und jetzt seht ihr hier, bin ich tatsächlich etwas überrascht worden, dass die Kamera sofort auf Live-Bild schaltet, seht ihr hier meine Kamera und meine Beleuchtung und ein Teil von meinem Kopf. Aber genau, das heißt, da ist jetzt schon alles verbunden und jetzt können wir im Prinzip mit der weiteren Einrichtung fortschreiten. Ich zeige euch jetzt mal eben, was hier in der ersten Ausgestaltung schon möglich ist. Wir gehen aber nachher auch noch durch die ganze App, dann zeige ich euch alles nochmal, was man da einstellen kann und so weiter und so fort. Hier könnt ihr zum Beispiel Audio konfigurieren, schon mal die Zeitzone, wenn ihr mögt und unten kostenlosen Test aktivieren. All das funktioniert schon in diesem ersten Aufschlagpunkt. Und wenn ihr dann auf Weiter geht, dann werdet ihr gebeten, das Verschlüsselungspasswort zu ändern. Das solltet ihr auch tun, denn ansonsten kann jeder mit dem QR-Code drauf zugreifen. So ist das noch durch ein Passwort gesichert. Im nächsten Schritt müsst ihr dann konfigurieren, wo befindet sich das Ganze. Hinterhof, irgendwo irgendwas Individuelles, was ihr eintragen wollt oder was auch immer. Und wenn ihr dann hier noch die Benachrichtigungen empfangen wollt, was ja tatsächlich sinnvoll ist, denn wenn jemand vor der Tür steht und erkannt wird, dann soll euch euer Handy auch benachrichtigen, müsst ihr hier noch den Stromsparmodus für die App ausschalten. Ich denke, das ist auch selbsterklärend. Dann haben wir hier noch die Testmöglichkeit und es gibt ein Firmware-Update. Das machen wir jetzt aber mal nicht, denn ich will jetzt einmal mit euch komplett durchgehen, bis wir gleich im Einstellungsmenü sind sozusagen. Jetzt seht ihr hier noch verschiedene Möglichkeiten, wie ihr die Räume konfigurieren könnt. Ja, das kann man im Nachgang auch noch machen, also von daher ist das jetzt nicht so super wichtig. Kann man theoretisch auch einfach überspringen, dann könnt ihr das hier woanders reinhängen, wenn ihr wollt, wie auch immer. Das ist dann nachher Spielerei oder Einstellungsmöglichkeiten, die man im Nachgang machen kann. Viel spannender ist aber natürlich eigentlich, was kann ich denn mit der Kamera oder in der Kamera einstellen. Und hier seht ihr das Menü und das gehen wir jetzt noch mal im Detail zusammen durch und ich zeige euch alle Einstellungen. So, dann haben wir hier diesen Startscreen, das passiert, wenn ihr die Kamera öffnet. Unten im Einstellungsbereich, oben das Bild und rechts oben den Bereich Einstellungen. Da gehen wir jetzt auch als erstes mal rein. Das heißt, hier könnt ihr zum Beispiel den Namen der Kamera noch konfigurieren, ganz wie ihr mögt. Wenn ihr mehrere habt, macht das durchaus Sinn. Light Settings, das ist wichtig für die Einstellung der Lichteinheit. Einmal die Helligkeit zu adjustieren und dann im zweiten Schritt durchaus auch noch die geplante Beleuchtung zu aktivieren. Heißt also, wenn ihr immer wollt, um 18 Uhr soll das Licht angehen. Könnt ihr das hier auch entsprechend konfigurieren. Es ist dann noch so, dass ihr noch eine zweite Möglichkeit habt, das Licht ein- und auszuschalten über die Lichtverknüpfung. Das heißt, wenn jemand erkannt wird, soll das Licht automatisch angehen. Sagen wir mal, es ist, man nennt es mal Bewegungsmelder, sowas in der Art ist dann dieser Punkt. Ja und die weiteren Schritte sind glaube ich selbsterklärend. Audio, klar, dadurch könnt ihr auch Verständigung über Ton machen. Indikator-LED ist die blaue, die wir schon gesehen haben. IR-Licht ist, um im Dunkeln das Ganze dann auch nutzen zu können. Deswegen das sinnvollerweise eingeschaltet. Die Alarmbenachrichtigung ist das, was ich vorhin euch schon gesagt habe, wo ihr dann noch den Standby-Zustand der App deaktivieren müsst. Da könnt ihr dann zum Beispiel auch einrichten, wo der Alarm stattfinden soll. Das heißt, wenn dann irgendwas nicht im Alarmbereich ist oder sowas, dann das da deaktivieren und so weiter und so fort. All das lässt sich hier konfigurieren. Sehr, sehr umfangreich, finde ich ganz spannend. Zeitzone, Datumsformat und so weiter und so fort. WiFi ist das, was wir vorhin schon konfiguriert haben. Wenn ihr das WLAN wechseln wollt, geht das auch hier. Dann Cloud. Okay, klar, ihr habt einmal den Speicher auf der Kamera selber. Und dann noch eine Cloud-Option, wo ihr auch einen Test machen könnt. Das könnt ihr hier konfigurieren. Speicherstatus ist dann entsprechend der Speicherstatus der Speicherkarte oder auch der Cloud, sofern ihr da einen entsprechenden Plan aktiviert habt. Lässt sich das hier einstellen. Und ansonsten noch unten Geräteversion. Da findet das Firmware-Update statt. Bildverschlüsselung, da setzt ihr das Passwort. Das ist immer sinnvoll aus meiner Sicht. Ruhe-Modus ist die Abschaltung. Offline-Benachrichtigung bedeutet, dass ihr quasi eine Info kriegt, wenn die Kamera offline gehen sollte. Und Bedienungsanleitung und über ist, glaube ich, uninteressant. Also ist einmal die Bedienungsanleitung und dann nochmal Informationen zur Kamera. Aber ist jetzt für uns, glaube ich, hier nicht weiter relevant. Deswegen springen wir jetzt einmal zurück und schauen uns nochmal auf dem ersten Bildschirm die weiteren Punkte an. Hier könnt ihr einmal aufgenommenes Material wieder anschauen. Im oberen Bereich seht ihr, dass ihr zwischen der Speicherkarte und ich jetzt hier nicht, aber grundsätzlich Cloud hin und her wechseln könnt. Dann der Schnappschuss. Ich glaube, das ist auch wenig überraschend. Da macht ihr einfach ein Bild, was dann auch direkt auf eurem Handy gespeichert wird. Gleiches auch für das Thema Aufnahmen. Und jetzt wird es nochmal spannend. Dann könnt ihr natürlich auch die Auflösung der Kamera konfigurieren in Ultra-HD, Full-HD und High-Def. Und die unterschiedlichen Bildqualitäten zeige ich euch jetzt mal parallel. Da seht ihr hier die höchste Auflösung. Und jetzt bekommt ihr auch nochmal so ein bisschen so ein Gefühl, unser Balkon ist so knappe 5 Meter breit. Also das heißt, das wird von rechts nach links auch komplett über die Kamera abgedeckt. Nur, dass ihr mal so ein Gefühl bekommt. Das war übrigens nicht tagsüber, sondern es ist schon Dämmerung. Das heißt auch ein bisschen weniger Licht. Und ich möchte auch so zeigen, wie es natürlich aussieht, wenn das Licht ein bisschen zurückgeht. Ich würde sagen, man erkennt, wenn man ganz fein drauf guckt, und ich nehme an, YouTube mit der Codierung wird das wieder fein schleifen, aber wenn man ganz fein drauf guckt, erkennt man Unterschiede. Aber vom Grundsatz her ist in allen drei Auflösungen eigentlich die Bildqualität sehr, sehr gut. Da gibt es aus meiner Sicht nichts zu mäkeln. Tolle Bildqualität, die ihr hier auch nochmal konfigurieren könnt. Gerade wenn ihr nur ein Vorab-View machen wollt, ist es aber immer sinnvoll, weil die jetzt natürlich auch Bandbreite kostet, wenn man nicht auf die volle Auflösung geht. Dann könnt ihr hier noch sprechen, das heißt eine Gegensprechfunktion mit der Kamera nutzen, wenn jemand vor der Tür steht, dem Boten oder wem auch immer, mit dem ihr Kontakt aufnehmen wollt. Dann haben wir einmal noch die Aktivierung des Lichtes über die App. Das geht hier rüber. Und jetzt gleich könnte es etwas lauter werden, denn jetzt gibt es hier sozusagen die aktive Abwehr. Wo dann quasi eine Sirene angeht und das Licht automatisch eingeschaltet wird. Und das war es eigentlich auch schon. Nicht viel einzustellen, aber die wichtigsten Dinge sind dabei. Ich finde es sehr, sehr übersichtlich. Ja und damit sind wir auch schon am Ende dieses kleinen Test-Einrichtungsvideos angekommen. Insgesamt muss ich sagen, die LC3 gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Optisch auf jeden Fall in Ordnung, würde ich sagen. Das Beste draus gemacht, was man draus machen kann. Ich glaube, meinem Bruder hat sie sogar sehr gut optisch gefallen. Insbesondere hier oben mit dem Milchglas, das fand er ganz cool. Im unteren Bereich dann die Kameraeinheit in schwarz gehalten. Ich finde, das passt tatsächlich auch ganz gut. Ich hatte am Anfang ein bisschen Bedenken, ob der mögliche Drehwinkel, sowohl in der Senkrechte als auch in der Waagerechte, ob der ausreichend ist. Aber durch den weiten Winkel der Kamera ist das tatsächlich überhaupt kein Problem. Bildqualität der Kamera habe ich euch vorhin gezeigt. Aus meiner Sicht sehr gut. Auch nachts absolut in Ordnung. Das heißt, da erkennt ihr wirklich, wenn jemand vor eurer Tür steht, überhaupt kein Thema. Lautsprecher für die Gegensprechfunktion auch gut. Sirene, nicht übermäßig laut, sage ich jetzt mal. Wer vor eurer Tür steht, kriegt es mit. Aber es schreckt, glaube ich, nicht die ganze Nachbarschaft auf. Das muss man halt einfach wissen. Ansonsten, insgesamt das Paket, was ihr bekommt für den Preis, den ihr zahlen müsst von 169 Euro. Zumindest bei Amazon war das der Preis, als mein Bruder jetzt zugeschlagen hat. Ist das wirklich absolut fair. Wer vor der Tür eine optisch schöne Kamera haben will, ist hier auf jeden Fall richtig. Falls ihr noch Fragen habt oder irgendwelche Kommentare, immer gerne einfach hier unten drunter posten. Ansonsten, wie immer am Ende, Alexa Kamera aus und vielen Dank fürs Zusehen. Okay.